Ach jo, der hat sich als Zebra, ja, der Helm hat sich als Zebra getan, oder willst du gerade füttern, weißt du? Und dann auf einmal, nee, nee, ich mag nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Mr. Helm. Schmerzheit. Der Onkel. Hallöchen. Und der Rewano. Ja, hallo. So, neue Runde, neues Glück. Können wir jetzt töten? Irgendwas mit Dachmisch machen? Irgendwann hat schon wieder ihr Flugzeugrennen ausgewählt, aber da... Och, man, nee. Ist das kein... Volle Düse, Moment mal. Dreieck muss so... Luftrennen tatsächlich. Zum Aussteigen in der Luft. Volle Düse. Volle Düse. Will danach auf jeden Fall töten. Genau, wir machen jetzt hier Volle Düse und danach machen wir mal wieder Deathmatch. Und was für Flugzeuge sind das? Ach, Jets? Okay. Deathmatch. Wir haben nur einen zur Auswahl. Toll. Können den einnehmen. Okay, aber erst so ist der Kampfer, haben wir jetzt die Waffen, habe ich die Waffen ausgeschalten. Ach, ich bin jetzt schon. Aber, komm, was dann noch mal so einander, mit Spaß. Komm, was dann noch mal so ausgeschalten? Ey, ich hab das jetzt schon drauf geachtet. Scheiße. Geht's los. Obwohl, es gibt es nicht, also ich bin jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so. Oh, ja, du. Ey, ey, geil ist es nicht so. Ey, ey, ich bin jetzt in der Luft. Habe ich schon mal Glück. Wo sind denn die Raketen? Der Kampfer hat gesagt, er hat keine Waffen. Wow. Ich dachte, ich hätte auch kein... Scheiße, selbstmacht. Scheiße, so. Ja, welcher genau, äh, welcher genau bist denn, bum bum? Äh, ähm, äh, scheiße. Ja, mach, du bist schon schwer genug zu fliegen, da ballert ihn nach. Ich bin jetzt, wenn ich das schon wieder abgeschossen bin. Ich muss denn jetzt ja eigentlich, äh, Waffenwechsel. Oh, das Ding, das Ding ist total empfindlich, das Ding. Mal weg mich doch. Was? Ey, was schickt ich das? Das war Helm. Das war Helm. Das war Helm. Der Quizplay hat mich gerammt. Was? Das ist jetzt Helm, ja? Ja, warte. Ja, warte. Warte da mit deiner scheiß Arketen, man. Ich würde jetzt mal aufhören. Alter, Alter. Alle, alle, alle tot, äh, ihr seid doch, ihr seid doch Künstler, ey. Papa Helm hat mich, äh, abgeschossen, danke Helm. War die Rache, oder? Mann. Oh, ich kann mich nicht durch das Spiel. Weg. Was für eine Scheiße. Boah, ich bin schon, schon wieder tot. Quizplay hat mich abgeballert. Natürlich schießt, ich werde geschlossen. Ist klar. Nein, ihr schießt, sagt er. Leck mich. Oh, Mann, oh. Weißt du jetzt eigentlich auf der Herst? Ich bin nicht mal vorne. Ja, ich bin vorne und ich bin weit weg. Nein, ich bin doch nicht weit weg. Oh, 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 oh. Ich komme nicht durch die erste Kurve, ne? Nö, ich komme nicht durch die erste Kurve, ne? Nö, ich komme nicht durch die erste Kurve. Nö, ich komme nicht durch die erste Kurve. Oh, das ist nicht geil. Tschüss. Rache Kill. Oh, du Drecksack. Und wieder der Quizplay. Wenn du anfängst. Ich mach doch gar nix. Das erste Mal, das erste Mal ist mich gerammt. Nein. Alter. Nein. Oh, ich werd hier nur abgeballert, ey. Ich hab Selbstmord gemacht. Oh, ihr wart halt selbstmord. Du bist auch gerade über Montag geballert. Ich wurde abgeschossen. Das ist nur so weit vorne. Woll ich jetzt verraten hier? Warum nicht? Nee. Ich hab' die gerade wieder angesührt. Oh, fuck. Nicht ob die mir selbst gut begangen als von euch abgeschossen. Nee, 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 nee. So, dann gucken wir mal jetzt abschießen hier, und zwar ist das? So, dann gucken wir mal jetzt abschießen hier, und zwar ist das? Und zwar ist das? Der erste ganz ganz gleich. Wischen. Hm, ich hab' nur mal gar nichts mehr gewünscht. Ich hab' was versucht. Hm, hat fünf zu mir. Mit einem Flügel zu flügelen. Ja, bitte. Ah, dann bitte schneller bist, weil dann bin ich eher wies, ne? Ja, geh' ich besser, geh' ich besser in die Kurve. Hahaha. 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 Mann, soll man denn den ersten jetzt noch kriegen? Das ist doch... Kannst du keine Raketen nach vorne schießen? Oh, ich werd schon wieder gejagt. Oh, Papa! Ich seh'n ja. Papa! Was denn? Was denn? Was denn? Hat er dir erlebt, den Knopf zu drücken mit der Rakete? Hahaha. Ja, das hat gut geklappt. Ja, der General hat gesagt, drücken. Langsam ist die Bogen auch raus, jetzt könnte ich sogar fliegen. Aber jetzt werde ich ja dann von... Das hier so bin ich nicht, dass das so rum eiert? Ja, ja, das... Ich hab' das mal raus. Alter, jetzt hat mich ein Baum gemobst, ey. Tausend zwei Stunden Meter. Wir sind so ne kleine... Hahaha. Die Kielung gilt da nicht mehr davor. Das weißt du doch, dass die in der Flugprüfung... Ich bin drüber, das weiß. Also wenn, dann müssen wir... Dann lag zu grad. Dann lag zu grad. Dann lag zu grad. Kann, weil ich seh'n immer, aber irgendwie... Komm nicht näher. Natürlich nicht. Alles selbe Geschwindigkeit. Nein. Aber es gibt noch ne Runde. Oh Gott. Ja. Du musst einfach mal quellen beim Bergfliegen und den abknallen. Ja, dann brauch ich ja... Ja, ist klar! Ich flieg durch diesen scheiß Ring und der zählt nicht! Hahaha. Was ist das denn für ein Rotz, ey? Hahaha. Ja, hier knallt euch jetzt auch gar nicht mehr gegenseitig ab, ne? Weil... Ja, alle so weit auseinander sind wir, ja. Ja, ja. Die Raketen haben keine Lust so weit zu fliegen. Nö, ich nehm nur Nahe Ziele. Das hättest du nicht machen dürfen. Oh nein! Ich bin gelandet im Fluss. Ich bin gelandet im Fluss. Hahaha. Ich wollte nur... Ich wollte nur einen Schluck trinken. Hahaha. Das hättest du dir backen dürfen. Was hättest du dich machen sollen? Hahaha. Ich bin extra am Looping, um auch plötzlich hinter dir. Ja. Ja, ich weiß schon. So ist ein Vater, ich steig mal aus jetzt. Steig mal aus jetzt. Steig mal aus jetzt. Genau. Guck mal F. Ist das so ein Booster? Ja, ja. Ich glaube auch. Schleudersitz auf 100.000 km. Einmal bitte Schleudersitz. Oh nein, oh nein. Das habe ich mit Udin gemacht damals. Ich habe zu dir gesagt, hey, hier, drück mal, drück mal, äh, Dreieck war das damals. Da hast du dann kommst du ans Seitengeschützt. Das ist also schön als Hubschrauber rausgefallen. Jaaa. Jaaa. Du musst dich auch schnell genug festhalten. Du sollst nur das Seitengeschütz bedienen. Nicht mit dem Seitengeschütz rausspringen. Wucht euch voll langweilig. Jaaa. Also ich mache etappenweise. 200 Kilometer lande ich kurz. Dann steigt er wieder neu ein. Oh, ich habe die Runde geschafft, die erste. Klasse, ey. Oh Gott, ey. Wie kann man die Waffe umschalten? Oh nein, ich fliege nicht. Mit Tappen. Was mache ich denn? Vielleicht werde ich vom Ersten abgeballert wieder. Jaaa. Ich bin erst zu sehen abgeschlafen. Ich bin mal da schon wieder so rum, was ich hier muss. Baller jetzt einfach mal rum, aber vielleicht treffe ich ja Gabax. Jaaa. Viele Wochen. Einfach so random Raketen schießen. Am anderen Ende der Map. Wie beim Mario Kart, ne? Da gibt es auch solche Raketen, die über die Map den ersten Platz. Der Helm hat's raus. Der Helm hat's raus. Der Helm ist der Bruchpilot, ja. Na von wegen. Unkel war hinter mir, der wollte ich schießen. Daniel Düstreep, hä? Da hab ich mal eben hochgezogen und hab Ibn abgeknallt. Nein! Da hab ich versich nicht geschafft. Da hab ich gleiche gemacht, was Kussbläger gemacht hat. So langsam komm ich aber auch hier der Sache näher. So langsam hab ich auch den Jet unter Kontrolle. Naja. Guck gar nicht. Naja. Ich bin noch nicht abgestürzt. Noch leb ich. Noch nicht mehr. Nein, geh rein da in das Loch. Danke. Du Flieger. Der ist nicht mal mehr an der Sichtweite. Nur wegen Onkel. Hahaha. Ich könnte die jetzt mal einfach links abdrehen und mal abknallen. Ein bisschen Action reinbringen. Ich hatte es mal nach dem Ziel nicht nochmal weiter stehen können und die anderen sind sabotieren. Zu sabotieren? Sabotieren. und ohne die dreieck taste für zeit haben wir denn noch unendlich an der da unten ich habe gedacht du kommst doch mal aber kommt vor dem ziehen ich drücke die dauertaste hier dauerhaft durch turbo was ist denn die dauertaste nee Helm hättet ich vielleicht noch kriegen können die Entscheidungsschlacht zwischen Rewano und Onkel ah ne Rewano ist viel zu weit hin ich bin doch schon am Arsch der Welt aber ich komm klar bis jetzt bin ich noch nicht mehr abgestürzt so langsam wird's was mit dem Verlieben ich hab ja 12 Stunden lassen noch Rewano gib Gas 12, 10, 9, 8 ja wie weit denn noch 6 1 Zeit ich will noch mehr kommen komm 2 Uhr Zeit was ist denn los weiß nicht reißte ich zusammen Uhr reißte ich zusammen aussteigen jetzt hier Gott sei Dank wir haben immer beendet stand da immer beendet ja aber ich sobald mal hier so ne Auszeichnung kriegen ne ich hab vorhin ja auch ne Autorennen hab ich ja vorhin geschafft also das passt Sektion jetzt möchte ich ein bisschen töten der Fräsch wenn keinst zur Auswahl steht kann man uns kein bisschen töten blau aktualisieren ja genau nein da haben wir frisch drin ah 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 aktualisieren ah ah da kriegt man ja xp-punkte fürs bewerten echt hab ich doch gesagt Hübschrauber um Gottes Willen nein das ist alles nur Hübschrauber Hübschrauber genau Hübschrauber 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 was ist denn das hier oh komm mal Panzer schlachen Last Team Standing ist auch nicht schlecht komm mit Panzer was ist das keine Ahnung was ist das Hauptsache Panzer Panzer wenn's beschwerbe bitte an den lieben Chrisbleiben bitte an den lieben Chrisbleiben warum du hast das natürlich so ausgefühlt nicht dass es dann wieder heiß oh wieder der Onkel wieder eingestellt leichte Panzerung leichte Panzerung für den Panzer ja genau Hübschrauber das ist so eine alle Mütige Platte Freude 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 wird wird geschossen ja gut Last Team Standing also sind wir jetzt zwei Teams und wer als letztes überlebt hat oder was ja ähm ok wer ist alles in Team 2 ich will nicht mit Rewarno was du keine alter ich will ja was ich bin jetzt nur mit Rewarno du scheiße ich gehe in eines Team fuck ok dann wette ich mal auf das andere Team warum seid ihr Gamers Check LP könnt ihr mir das erklären warum seid ihr das Team Gamers Check LP das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht danke ok also jetzt Panzer ne egal was einfach ballern weil sonst nehm ich wieder Tastatur weißt du wie man natürlich ne Panzer ne Panzer Papapapapanzer ey Panzer das ist ja im World of Tanks oder was jetzt okay wir können doch zusammen ein Panzer aber ne das ist Quatsch ne ah du geh da auch erst aber schnell oh do 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 und dann mal fällig ein Töp kann ich denn hier schießen linksklick linksklick ich kann nicht schießen mit dem Controller doch mit X ok ne mit L1 eins ach ne mit L1 ey pass auf Onkel ok da hinten kommt schon einer so n Drecksack den machen wir direkt mal platt hier ne mit L1 ne mit L1 wir kommen rüber über die Bahn schieben oh ich will dich nicht rammen ich hab keinen Bock auf Schaden da kommt was übern Dorf hier wo ist er ne mit L1 wir haben einen Trecker umbildet hier hihihi Trecker umbildet ach die schießen gar nicht so weit ne das ist ne deine Beben nicht aussteigen ein Babypacken kack der hat einen Panzerführer schon gemacht heimlich ja genau hihihi ich hänge hier irgendwo fest komm Elm zieht euch das war es schon oder was woaah 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 das war das war schon mal gut ne ich hab nicht mal einen zu Gesicht bekommen das war GDA World of Tanks Mod du hast Beine wie ein Reh zwar nicht so dünn aber dafür so behaart hihihi mh lecker hihihi so so ist doch schön so was zuweilen wie gesagt zu hören wir waren jetzt schwenk dich mal ein bisschen an ja ja ich hab ein ich hab ein erledigt ich hab ein Helikopter ich hab äh ich hab Chrisplay erledigt ne hab ich erledigt wo denn wo denn wo denn wo ist Heli da tatsächlich Platz da wär damit ich wids okay ja das stand EOW erledigt mit zu fliegen mä 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 inäm ähm die haben auch einen müssen aufpassen, Onkel, dass du mich nicht abbalast ne Editor ich weiß nicht, jetzt seh ich deinen Planbung noch ich hab dir grade auch gesehen ne ich hab dich nicht. ich hab nix gesehen ja ich hab nämlich ich hatte ein Gefühlt dass du mich abgeballert hast da hinten kommen kannst du aber warte mal nur holen wir runter ist klar Okay, direkt loslegen Bist nicht mal so weit Genau, ich lenke die ab und ihr unten Genau, mit Meliotex Oh, das ist ja einfach Oh nein, ich bleib auch noch stehen in der Luft Falsch um Ich konnte nicht mal Falsch umziehen Oh Gott Das ist auf jeden Fall nicht meins Und ich muss den Gabax vom Himmel holen Mann, hätte ich doch mal besser hier das Luftgewehr mitgenommen Ich kann meine Kanone gar nicht so hoch Los, hab ich den Onkel Tod oder was? Scheiße Da hab ich seinen Munitionstank getroffen Der ist weg da Wow, Alter Wie weg Dreckiges Stück Fleisch Das ist für eine Scheiße Hallo, Mann Was ist er denn? Hallo Ja, ich was Das ist für Gott, auf dich zu schießen, aber der Gabax, der fliegt da immer über mir Ach, guck mal, was kommt da an Hubschraubeer Ja, aber das hätten sie wenigstens ein bisschen fairer lesen können, dass die anderen, das andere Team auch ein Hubschraubeer hat Habt ihr doch, ihr habt Jets, Kollegen Gar nicht Wir haben die ganzen, wir haben nur die harten Sachen Gar nicht, wir haben Jets, wir haben wirklich Jets Quatsch Ja, ihr habt da Jets, ich seh's doch Latt, guck mal, da hatten keinen Jets Doch, da stehen Jets Eine Reihe von Panzern hatten wir Nein, ihr hattet Hinter den Panzern stehen die Hinter den Panzern, genau, da habt ihr überall Jets Na super Na super Na super Das sagen wir euch jetzt Hast du nicht gesehen, diese kleinen Modell-Jets, diese ganz kleinen? Ja, Rewano Wegen Rewano Rewano ist schuld Ja, Rewano ist schuld Gewonnen 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 Das ist das Schöne Das wollen wir nicht wissen Das interessiert keinen Während dem Spiel Mach's Habt ihr nicht gespürt, wie ich mich gefreut habe beim Zocken? Warum sollen wir das gespürt haben? Deswegen sag doch immer, warte mal, warte mal Ich war noch nicht so weit Ach, deswegen kommt es immer so Ah, alles klar Okay, machen wir aktualisieren Wir wollen ja Deathmatch machen Ja, ich will's töten Ja, eins schaffen wir noch, ne? Mit Männchen will ich töten Ah, Deathmatch Ja, nehmen wir Zorn, oder? Wo denn? Der Zorn ist heiß Der Preis ist kalt Nehmen wir aber Paletto Wies Was, Mama? Mama oder Baba? Was hast du denn? Running Back Bei mir steht immer Running Back Der will mich hochfassen Ja, ja Aber wir machen normales Deathmatch Ja, ja Helm, das steht nur bei dir, Running Back Ist klar, Running Back Das ist der Witz der Woche Running Gag würde ich ja sagen Jedes Ding ist Running Back Ist klar Hab jeder, Onkel Doch, du könntest das auch beenden mit der Dreieck-Taste Ah, das ist jetzt jeder gegen jeden Ah, nee, Team Deathmatch Okay, dann geht's Nein, ich hab jeder gegen jeden Dreieck-Taste Team Deathmatch für die Schwachsinn Ja, es ist aber auch trotzdem ein Deathmatch Muss ich noch einbauen, die Dreieck-Taste Ja, die Tastatur Gehst du mal hier nach Mediamarkt Ey, Leute, ihr habt mich beschissen Du hast kein Dreieck Aber warum geht Mediamarkt geh ich nicht Versteh ich nicht Versteh ich nicht Warum gehst du nicht in Mediamarkt Oder ins Mediamarkt, ne So, jetzt seid ihr aber dran Der geht an Mediamarkt vorbei Der geht hinter Mediamarkt Lass mich hier Ne, das sollen sie machen Was ist denn jetzt wieder kaputt gegangen? Was ist denn das? Jeder gegen jeden, oder was? Yes, yes Oh mein Gott, ey Yes, 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 ja Irgendwas hat er jetzt ja gesagt Ach, das ist bestimmt Christoph Gewinn Losen, losen, losen Geh weg! Geh weg! Film, 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 film! Warum stirbst du nicht, Kollege? Was schreibe ich nicht an? Oh Gott Ich hab aufs Auto geschossen Nicht voll die Tür Weil ich dachte Da kommt bestimmt jetzt einer angefahren Von euch Ja, jetzt von hinten, oder was? Habt ihr ihn nicht getroffen? Ich glaubte mir da ab Wo ich kaum Energie hab Bam, Junge Was ab? Der kommt von hinten Ja, komm ey Lass mich doch mal ein Ach komm ey Das braucht er hier hinter mir Ne, du bist dann vorbei Geh gerannt Na ja Boah, scheiße Boah, jetzt klaut der mir den Kill Der war der Papa Helm Der hat mir direkt hingelegt Ja, ja, ja Weißt du, ich bin draufgelaufen Da stand dann, guck mal Boah, ich guck mich auf die Karte, ey Alter, bin ich hier zu schrocken Mist Boah, Mann, Alter Wie kann das sein, dass du auf einmal Von mir schiefst Mit den Kill geklaut Alter, wir fahren hier mit dem Auto Ja, sonst wie Hä? Ich hab ne Waffe aufgehoben Und die, ich hab's da nicht Ja, hier sind immer über Waffen abgebildet Aber ich kann die nie aufhören Versteh ich nicht Ich auch nicht Machst du denn klar Guck mal, der rastet aus hier Ey, ho ab Man schießt hier auf den Fahrer Ich bin der Transporter Ja, der fahrt nicht mit dem Fahrer Auf den Fahrer sitzen Ah, der Papa Helm, Alter Der fahrt nicht auf den Fahrer Ja Aua Ist doch okay Da war eine ohne Ecke Wenn ich mal bei Rainbow Six So gut wäre wie hier Ja Wo denn? Ah Ja, ich kann ihn da irgendwo Geh doch mal weg, du blödes Haus Oh, ich treff den Ah, du Sack, ey Was? Ich wollte grad, äh Wollt grad ausholen Ach, der Sniper Der ist, guck mal, der Ey, Leute, der Onkel, der Snipert Oma Vom, vom Westland Ja, der hat sich wieder hingelegt da oben Ja, ja Mit seinem ultimativen Snipergewehr Ah So ein Schicker Ich finde es immer so cool, wenn du den Chrisplay abschießt Die Geräusche Ah Uhhh Du ist voll mit drin So, auf damit Alter Ne, 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 ne Oh, mit in den Zäs Boah Okay 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 Du bist Stunk Du bist Stunk Aua Boah, Headshot Wo bin ich denn jetzt hier, hier? Headshot Abstauber Ich hab die ganze Woche gekämpft Nein Wir sehen Fuku Geht ab Geht's hier aus Hinter mir Aber nicht nachladen Oh, nein Baaah Hier kann man die Waffen wechseln Es war zurückspannen Es war zurenspaß den Chris abzubauen Der Maus scrollen Maus scrollen Oh, du Drecksack, ey Nach oben scrollen Dabei hab ich die schon einvisiert gehabt Alter Lass mich doch mal in Ruhe Ja Wow, Alter Puh Der hat mich fast umgefahren Habt das gesehen Oh, das gibt's doch gar nichts, ey Ich hab doch auch geschossen Nein, meine Kugeln umkreisen den Gabax nur Ich hab kreisen den Augen Hä? Wahnsinn, ey Ich schieß auf dich meine Kugeln Ach, vor mir Ich hab doch gerade noch den Chris gesehen Hecky, Hecky Hecky, Hecky, ja No Damage, no Damage Der Hecky wechseln Ach, yo Der hat sich als Zebra Mit in die Fresse Ja, der Helm hat sich als Zebra Als Zebra versteckt Ja, als Zebra getan Du wolltest gerade füttern, weißt du Und dann auf einmal Nee, nee, ich mag nicht Ist das echt Quatscher Alter Kommt auf mich zugelaufen, Bolle Bolle Ich wollte das Zebra gerade füttern Nee, nee, danke Ach man, immer von hinten der Papa Bär Ist das bescheuert Boah, ich kann nicht mehr richtig Ja, raus aus dem Auto da Hey Ihr wird nicht gefahren Ich wollte aber Du bist betrunken, also nicht fahren Warte mal, ich hab doch gar keine Munition mehr, Mensch Kommt auf der Ecke und gibt mein Handy, ja Der hat mit der Hülse geworfen, Matar Nö, ich kann nicht mehr spielen Der hat hier die Hülse gekopp geworfen, ne Boah, Alter Wo, 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 wo Wo, 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 wo Da ist ne Rewano und nen onkel Was, ne Rewano auch noch? Ne Rewano, ne Rewano, ne Rewano Ne Rewano �나�� und wow Da. baitte nicht hier, dass andere Alter, wieso, wer ist das 2008 Vorspäl challenger geschossen unter dem Auto oder was? Er hat doch gesagt, da ist ein Rivano und ein Onkel, dann hab ich ja immer... Au! 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 Noch legt mich doch! Alter, ich will auch mal eintöten! Niederlageserie, genau! Kassisch! Niederlageserie! Genau! Das gibt's! Ja, ja, nur bei mir hier! Alter! Da hat er mich pulverisiert! Ja, wo sind die Kleinen? Wo sind die Kleinschleife? Wo gibt's denn jetzt hier Schrotflinten, Kollegen? Boah, ich nimm das dicke Gewehr, Alter! Die dicke Obbitze! Ja, und nimm die dicke Obbitze! Ich hab grad die Obbitze eingeladen? Nö, will er nicht! Wurde denn ne Freundin auch immer genannt, ne? Die Obbitze? Wo seid ihr denn? Entschuldigung, jetzt hab ich mich angehört wie Chris Baird, ne? Scheißabstauber! Nein! Ja! Ja! Der Mutantenschuss, Alter! Wo ist der denn? Vorsicht bissig! Vorsicht bissig! Nein! Nein! Oh Mann! Von allen Seiten wieder hier! Klöte! Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ah, dreht euch! Der lebt nach, der Idiot! Ich hab nicht mal was gedrückt, ey! Ich hab nicht mal was gedrückt, ey! Ich ausrach! Boah! Ich erstrocken jetzt! Da hat der verweilen mich! Merkt, merkt ihr das? Wie, wie konzentriert der Helm ist? Ja, der Helm ist absolut, der ist vor der Killer, Alter! Der hat bestimmt grad so so rote Augen so! Wie so ein Vampir sein! Töten! Töten! Und ab und zu sagt er dann nochmal Hallo! Oder so! Das musste jetzt sein! Eiskalt, Schitter! Erledigt, ey! Oh nein! Geh doch! Geh doch hin! Wie geht das denn? Ich brauch jetzt endlich mal ne vernünftige Waffe! Wie geht das? Was denn? Ein Hauen! Wie? Was? Wie? Mit einem Schuss? Mh! 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 Nimm ihn aus dem Mund! Ich habe... Du, was? Du hast die Kill-Serie von Quisplay getötet. Oh! Der Gabax, Alter! Da denkst du an nix... Ey, da denkst du an nix böses! Gehst an den Gebüschweiger! Kommt der Gabax raus! Hallo! Ah, Mann! Weg! Abstauber! Kommt der Kack-Gabax wieder! Kack-Gabax! Der Gabax! Ich habe hier noch nicht eine Waffe gefunden, ey! Nee! Boah! Von der Seite oder was? Nee, von vorne! Ich such auch die ganze Zeit den Granatwäffer! Hau ab da! Ich wollte doch grad mehr Energie holen! Da liegt eine! Nix da! Da liegt eine! Nimm sie auf! Ich hab ne Waffe! Ich hab ne Waffe! Ein Wunder! Alter! Weg! Boah! Ich hör schon wieder Silvester-Raketen hier! Chains! Muss sie weg! Muss sie weg! Nene! Nene! Ich will ihn nicht verlieren! Ich kann nicht verlieren! Nein! Der Onkel, der halbe Theorist ist auch schon wieder unterwegs! Die spawnen da beide an derselben Stelle! Ah! 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 Kann man auch irgendwie... Nach innen scrollen, damit man nicht nur hier... Nach innen scrollen? Fünf! V! V drücken! F! 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 Ich bin nach vorher辛 Wh! WELL? Auf Grammf würde ich mich beim Nil r TakamANA. Ach! Komm, ey! Wad ist denn da los, ey! Der Onkel ist unter Kugelsicher! Oh, was? Ah! Ja, genau! Ich-ich habe so ne Übelse Gat Lang und krieg ihn nicht dort damit! Ich kam von hinten, ab der den Gegenden! Ne Weg lang! Wenden mal raus! Gat Lang! Ah! DerRivano von hinten und von Onkel auch noch von hinten! Das hättest aber wissen müssen, dass3рывano von hinten... Ja, aber, ich kann ja gar nicht mehr. Der Drecksack. Alter, jetzt wollte ich wegrennen, hast du mir auch von hinten genommen. Was soll das? Mann, ich konnte ihm in den Hinterkopf geschossen. Die nehmen sich gegenseitig von allen Seiten. Die Gemäuterei ist das hier. Au! Der war schor. Und Papa ist mittendrin, Papa Helm. Ich lauf hier rum wie ein Weck. Ich lauf hier rum wie ein Weck. Und wenn ich irgendwo angekommen bin, bin ich da. Oh Mann! Ach komm, wer war das? Gabaxus. Gabaxus. Da kann man sich gar nicht so schnell umdrehen, wie er einen tötet. Ja. Ach, und dann spawnen wir auch noch direkt vor ihm. Was ist denn los da? Alter! Boah, der kriegt den nicht dauernd. Jetzt muss er nachladen und dann... Ja! Irgendwann letzten Schuss. Verdammt. Wo ist mein kleines Zebra? Ja, wo ist er denn? Der Gabaxus schon wieder, der hat schon wieder so viel. Ja genau! Gib da mir ein Mann Schatz. Ach! Ist doch gar nicht wahr so wahr. Ach, der Quizplay war es. Ich wollte schon sagen. Ich hab die ganze Zeit auf den... Helm geschossen und auf einmal kommt von hinten. Oh, der liegt schon wieder. Leck mich doch! Dreckschwein! Mach von hinten. Dann mach... Dann mach... Dann mach... Dann mach... Dann mach... Dann mach das so ein Abstauber, ey. Macht ihr doch auch! Ich fass die Gliemals. Wenn man es am wenigsten erwartet. Schön den Hinterkopf hat. Ja! Genau das Forster direkt neben mir, oder was? Schön von hinten. Schön trocken reingerammt. Alter! Oh, hast du dir aber schlimmer, der Max? Ja. Was ist das jetzt nicht von dir gedacht? Ja, der sagt auch nur, ich will... Ich will nur die Komplex aus dem Schrank holen, ne? Nur die Komplex! Beug dich mal kurz nach vorne. Hebe die Seite. Aua! Wo jetzt? Onkel legt's hier neben mich. Es schläft schön. Aber die Kampfrolle krieg ich auch nicht mehr. Oh, welcher Drecksacker. Ja, du hast gesnipert, du sagst. Ach du Drecksack, ey. Musst du dich dem unterbrechen, wenn ich hier auf die Tonrauben schieß. Ja! Haha! Haha! Gibt's da zu lachen? Dann... Weil das so geil ging. Weil das so geil ging, die Dings gefahren ist. Das fand ich lustig. Ich wollte dich rammen. Das hat nicht funktioniert so durchsachen. Ich hab' dich von zwei Seiten an geschossen, ey. Alter, der Christ stirbt gar nicht. Boah, süßes Auto mit einem abgemurkst. Nee, das war Gabax. Chris, ich les mich dann... Nee, ich hab' dich getötet. Du hast gewusst, den voll Schrot gepumpt. Und da drunter steht, Gabax hat mich gekillt. Okay. Der ist Drecksack, ne? Der kam nicht vor hinten, ich dachte. Doch, Drecksack. Nein, äh, ich hab Rivano getötet, aber... Mhm. Wir... Haben die Dinge da noch bestimmte Reisheiten? Ich bin hinter dir hergelaufen, hab' gefreut. Alter! Ja, genau! Vorne direkt mal neben mir. Was ist da los? Und da schieß ich doch dreimal daneben, ey. Weil du dich bewegt hast. Ich wollt grad sagen, Gabax bleibt noch mal stehen. Stirb jetzt, Gabax! Geh du sch... Gabax! Gabax, hörst du jetzt mal auf? Gehst du jetzt tot? Oh Mann, jetzt kommt auch noch einer von der Seite. Was geht's? Allah, wer war das? Allah, Allah, der Onkel. Ich weiß es nicht. Der stoppt voll ab, der Onkel hier. Was geht denn? Ah, das war der Mann mit der Turban. Kommst überhaupt nicht durch. Toll. Gewitter? Der Onkel stirbt gar nicht. Was ist denn los? Ne, der Onkel hört wieder... Ey, ich durchsieb' ihn mit Magazinen und... Ja, der Onkel ist clever. Der hol' ich das Maschinengewehr, weil der nicht rauskennt. Und dann... Und Westen hat einen Scheiß. Ja, ja, ja. Der hat wieder den Level... Der hat wieder den Level... Ich hab' gegen... Boah! Ja, endlich! Vorne statt in der Terren. Ich hab' mit den Krasse. Ja, der hat mir von der Granate in die Laterne. Und die kam zurück. Der war richtig. Das war pro. Jetzt... Ja! 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 Der Onkel der Drecksack. Der hat mich schon 8 mal gekillt, der Drecksack. Gehen wir die her? Erstmal hier ne Schrotflinte sammeln. Dööööööööööööööööööööööö. Woah- all- Alles. fuck, ich so stolte gerade hinter das ding hin, ich wusste ich hatte immer 4 suisse. Fuck, der zwähig hier... Oh, der stirbt nicht eh. Der bescheiss Munir, ich brauche ja unbedingt Waffen. Nein, 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 der ist gefährlich. Ah', ahhh. Ah, Gott sei Dank eh. Mann, ich erschieße ja alles den Zaun Aber nicht mich Da kommt schon wieder ein wilde Zebrausengebüsch raus Ich hab ne Niederlage-Serie Keine Witze, ich sehe nur, wie die Zebrabeine über mich drüberlaufen Mann, wieso ziehst du nicht, du scheiß Schrotflittenkopf Wahnsinn ey, ich hätte auch zielen sollen Ja, wo ist das denn? Oh, was war das denn? Das sieht aus, als dass du gestolpert Ja, direkt in die Siege Mal, treff ich dich nicht oder was? Nein Nein Das heißt, ne, das ist der Neo-Helm halt, der auf den Neo-Helm Matrix Gottlike Gottlike Gottmodus aktiviert Oh, ja, genau Ich komm um die Welt geramm gerannt Du wirst richtig rumgerannt Rumm gerannt Rumm gerannt Rumm gerannt Rumm gerannt Ich hab ein bisschen Geld aufgesammelt, korrekt die Scheiße Das war meins Möcht ich's gerne wieder haben Ne, bitte nicht Ich brauch das Da ist Papa Zebra wieder Ja Ah, du Seksack Du Seksack 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 Mann, der legt sich gleich daneben Der legt sich gleich daneben Der hat mich noch angekündigt, ne? Na komm, Papa, toll Ich hab noch hier das Farbtopf hin geworfen, da steht er, da ist er, da Ich bin ja umgezingelt Mann Umgezingelt Oh ne Alter, voll Ja, fünfter Yeah Ja, fünfter Hehehe 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 Heiße Erledige den ersten 30 Sekunden, einen Gegner hab ich erfüllt Ja, ich hab auch sowas Ja, dann würd ich sagen Eine tolle Handbewegung Und, äh, ja, wir verabschieden uns Aus der heutigen Folge Vielen Dank fürs Einschalten Lasst die Kommentare da Schlecht Und, hehehe Wir sehen uns zur nächsten Folge Bis dahin Macht's gut Tschüss Tschüss